Kreditpopulär, ich höre. Drei Jugendliche betreten jetzt ihre Bank. Das ist ein Überfall. Na los, los, wird's bald, mach schon. Wir können nicht mehr raus. Hinlegen, alles hinlegen. Macht die Tür auf. Nicht möglich, sie schließt mit dem Alarm automatisch. Sie ist blockiert. Sehen Sie der 15.30 Uhr Transport für die Kreditpopulär? Ja, worum geht's denn? Überfall auf die Bank, da kommen Sie nicht durch. Der gesamte Verkehr ist blockierend. Es gibt über den Güterbahnhof eine Durchfahrt. Wir haben Sie für den Krankenwagen und Sie offen gehalten. Wenn Sie mir folgen wollen. Ein Verstanden. Die wollen mit Ihnen sprechen. Der Name ist Nathalie Dufour. Und deine zwei Begleiter heißen Jacques Gisotter und David Morisseau. Chef, die drei sollten uns ablenken. Der Geldtransporter ist überfallen worden. Er war bis oben voll Kohle, drei Tote. Da schreit ein Typ, dass wir nur ablenken sollten. Von dem Geldtransport. Dieser Schwein mit dem Klumpfuß. Er und seine Kumpel haben uns verladen. Die haben uns als Messer geliefert, um abkassieren zu können, die Drecksäue. Lass den Wagen vorfahren. Lass mich in Ruhe. Nein! 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 Maman! Nathalie! Maman! Ich bin ja da. Ein... Ein Kissen. Ja. Bitte nicht sprechen. Und atmen. Ganz vorsichtig atmen. Tu doch nicht. Das könnte ich nicht ertragen, mein Liebling. Tu doch nicht. Ja. Jeanne, was hast du vor? Du musst mich machen lassen. Diese Typen, die muss ich da rauskriegen. Ja, ja. Sonst verliere ich den Verstand. Ihr habt sie mir getötet. Ihr habt sie mir umgebracht. Das stimmt doch gar nicht. Das ist nicht wahr, verdammt nochmal. Bring mich zu meiner Mutter und ich tue es auch. Ins Krankenhaus hätte ich sie bringen sollen. Ja. Sie waren sehr schnell, als Frau und allein, alle Achtung. Ich nehme daran, dass Sie allein gewesen sind.